Hallo, Christian Müller, gerade noch im Urlaub, aber bald sehen wir uns im Rahmen der Digital Education Days und es macht definitiv einen Unterschied, wo ich ein Video produziere. Ich freue mich, Ihnen das ZLF-Studio vorstellen zu dürfen. Bis dann! In unserem Studio lassen sich didaktische Medienproduktionen individuell gestalten. Und das zum Beispiel in Form von Screen- und Podcasts, Gesprächsrunden und Lehrvideos. Die zum Beispiel so aussehen könnten. Als angehende Lehrkraft interessiert es mich, wie ich diese Konzepte in meinen Lehralltag einbringen kann. Und wie genau die Umsetzung des Konzepts auch im kleineren Rahmen funktionieren kann, diskutieren wir dann am Digital Education Day.